Hallo, hallo! Ich hoffe, ihr seid jetzt wach. Hier bin ich mit der Vanessa First Pick. Yay. Hier ging Kiki. Uh, ich habe schon eine Vermutung, in welche Richtung das hier abdriften wird mit dem Dude hier. Nein, nein, den wollte ich picken. Ich hatte mein Dings schon da drauf. Uuuh. Äh, 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 äh. Uuuh. Irene. Junge, ich soll doch Sound aufnehmen. Okay, der Anfang könnte sich ein bisschen komischer anhören. Ah, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Irene. Ja, sie wurde auch gebufft, aber merkt man den Buff? Das ist das, was ich mich frage. Äh, ja, moved mal alle vor, please. Danke. That's that what I want. Alle einfach mal ein bisschen vornudelt. Okay. 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 Okay, netter Proc. Ist aber okay. Äh, ja, ich hole ihn trotzdem mal da raus. Auch wenn Haygang jetzt davon profitiert. Ist halt doof, wenn der Haygang dann im Gegnerteam ist. So ein bisschen, ne? Äh, Irene. Ich kann Irene nicht einschätzen. Ich hab Angst vor der irgendwie. Okay, sie scheint sehr restlastig zu sein. Irgendwie. Aber ich bin mal gespannt. Okay. Strip die auch? Ne, die macht doch diesen Bedrohungsreflect-Zeug, ne? Irgendwie sowas macht die noch, meine ich. Ja, 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 genau. Den, den da. Diesen Bedrohungsreflect-Zeug. Okay. Okay. Will keine Death Breaks haben, please? Hande. Ähm, okay. Okay. Autsch. Autsch. Okay. Guck mal da. Kiki prockt einmal, als es dead. Näh? Ja, das ist Kiki, ne? Prockst du auch? Näh. Dann ist hier noch Tanky. Das ist so krass, Alter. Die brauchen einfach keine Ruhe, ne? Die Alte braucht einfach keine Ruhe. Guck mal. Die prockt einmal wieder full life. Hä? Boah, ich bin Kiki so broken, ey. Ja, Kiki ist schon broken. Guck mal, die sind schon wieder full life, ey. Kommen wir nicht mal raus. Guck mal, ey. Alter, da, 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 Marsch. Einfach. Broken, das Vieh. Und dann komme ich wieder mit meiner Achroma an. Das Meister Riser. Wer kennt den nicht? Der guten Schmitzer Rino, ey. Aha, und der Drecksmonkey wieder. Ey, Kackfiel, ey. Da müsste ich theoretisch mit einem Heal reingehen. Theo Fletisch. Habe ich nicht im allerersten Video gesagt, dass wir ihn häufig sehen werden? Ja, anscheinend sehen wir ihn nicht häufig. Weil er einfach ständig im Bann ist, Mann. Hat keine... Ne, hat er nicht. Oh, ne, das dann da. Können wir hier ins dann? Können wir hier ins dann? Ja, erstmal wird es trotzdem. Velvet strippen ein, ja. Oh, Vanessa. Will aber anscheinend nicht... Achso, wegen dem da die Bombe, ja. Oh, warte mal. Vielleicht sollte ich erst auf Marsha gehen. Was so das größte Damage-Ding ist, anstatt auf den da. Aber der Heal von dem ist halt auch schon echt ätzend, Alter. Dass man so sagen darf. Der Heal ist halt auch schon echt kacke, ey. Kein Proc. Warum nicht? Wo ist der Proc? Okay, ja. Heging. Aha. Heging. So, Procs jetzt auch nochmal. Wie jeder hier irgendwie, ey. Okay. Wo war... Der Stun da? Gab's so, Alter. Oh, der war wieder gut. Okay. Mein Gott. Dieser Passiviel, ey. Überall Passiviel. Okay. Ist immer noch nicht ready. Kannst du mal proggen? Ist wieder nix für mich hier. Nicht mal ein Proc ist für mich. Nicht mal ein Proc ist mir gegönnt heute. Okay. Okay. Oh, der Gaspo, ey. So. Ist egal, was du machst. Der kommt da raus. Weil sie... Er ist ready. Oder ich gehe erst auf den Kill. Gucken. Okay, brauche ich glaube ich nicht mal. Nope. Brauche ich nicht. Ah. Brauche ich nicht mal. Gut. Stun? Stun? Gab's boh. Was ist los? Hey, ist er auf 100 Rest? Ja. Aber was ist denn los? Sieht so traurig aus. Gab's schon. Mast gar nix hier. Ich gehe mal hier drauf. Oh, nice. Hat er... Ah, ne, Provo. Ich wollte gerade sagen, hat er Auto angemacht? Aber nein. War geprovo'd. Und Proc. Klar. Okay. Ja, Branding. Okay, das ist gut. Ist fine. Feiny whiny. Und Stun? Feiny? Ablängszeit? Schade. Witzig. Auf 100 Rest. Mit 13 ACC oder so. Keine Ahnung. Okay. Können wir den killen? Gut. Stun? Nope. Stun? Nee, du sollst nicht geritten, Alter. Warum gerittest du? Eieieiei, sage ich dazu nur. Eieieiei, der Bonk. Eieiei. Le Bonk. Wo ist der Le Bonk? Wie ist das eigentlich? Wenn er passive strip... Ähm... Wegen Hey Gang. Passiert da was? Weiß ich gar nicht mehr. Ach guck mal, ich kriege es dann, ey. Nach 50 Runden. Falsche ich nie. Kriege ich einen Deathbreak meiner Vor- Oh, ich kriege einen Deathbreak nach. Ich bin auf die Hunde. Tja. Jetzt haben wir noch das Ding vor uns. Der Vorteil ist in der Welt Arena, der Schaden erhöht sich. Der Schaden erhöht sich. Das bedeutet, früher oder später komme ich so oder so durch das Ding durch, weil der Schaden sich erhöht. Irgendwann killt ein Autokill. Pushback. Was dann? Du kritzt jetzt sowieso, weil du bist auf Crit? Nee? Nice. Cool. Gab so Brocken. Also ich würde nicht unbedingt auf die Leute sagen, also ja, er harmoniert mit Ragdoll am meisten. Ich würde aber nicht auf Leute hören, die sagen, Gabso kann man nur mit Ragdoll spielen. Also den kannst du auch so gut spielen. Ich habe so eine Vermutung, welche Richtung das hier laufen wird jetzt gleich. Ich habe eine Vermutung. Kommen wir wieder. Leo Tilage, Leo Ragdoll. Shit. Komm, ich bin bereit. Eigentlich nicht, aber... Leo Acroma. Shit. Und Viva. Nee, die gibt es auch noch. Der Viva geht jetzt auch... Oh, Kinky, Alter. Kinky habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich war eine D da. Der ist halt richtig gut gegen die. Aber der ist auch nicht so schlecht gegen die. Aber nicht gegen den. Okay, wir gehen auf Juno. Ich hoffe zumindest, dass es irgendwie so klappt, wie ich es denke. Also, ja. Mit Kinky. Na gut, 100 Rest, Leo. Vielleicht. Er ist noch nichts aussag... geben. Ausschlaggebend, so. Ist es ja noch nicht. Also, alles noch fein. Heißt nichts, dass er auf 100 Rest ist. Okay. Erstes Ziel, also Vanessa. Ja, das ist mein Death Breaker. Oh. Die scheint... nicht auf Damage zu sein, glaube ich. Druckst du vielleicht? Das wäre cool. Okay, nice. Death Breaker wieder weg. Aber das macht jetzt nicht den krassen Unterschied. Auch sehr tanky. Okay. Wir machen Krimer Qualstanz. Alter, du ruckelst mir zu viel hier. Okay, wir müssen hier raus. Wenn er freezen möchte... Wenn er nämlich freezen möchte, muss ich da raus. Ja. Dachte ich mir. Oder stun halt. Dass er da rauskommt wieder. Genau das war mein Plan. Abliegenzeit erhöht. Uncool. Ist das Qual oder Vio Kinky? Oh. Noch nicht so groß gesehen. Jetzt gerade. Okay. Nicht das beste Ziel getroffen. Okay. Okay. Autsch. Hättest du es nicht Hay... Okay, also Vio. Okay. Hättest du es nicht Vio... Äh, hätte der nicht Hay Gang treffen können? So ein paar Tee, Alter. Okay. Ja, ich weiß schon, was er vorhat. Äh. Ich weiß, was er vorhat. Ich frag mich nur, ist der ready? Ah, der hat einen Silence. Okay, dann tut er wahrscheinlich für Dings vor... Vor, äh, vor Dingsten hier für... Ja, genau. Für sie. Oh. Na, natürlich. Na, gut. Okay. Dann, äh, äh, bin ich durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euer Start. Es wird mir nur noch der erste Tag. By the way, ne? Aber ich denke, das sieht man auch. Weil... Ich... Äh, vielleicht immer noch... Äh, dabei bin, meine Wings runterzuspielen. Ja, wer weiß. Man munkelt, ne? Aber okay. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschö.